Welcher Wohntrend 2023 passt zu dir? Statt minimalistisch wird es jetzt maximalistisch, fröhlich und bunt. Verschiedene Grüntöne sind der Farbtrend 2023 und sie wirken sehr beruhigend. Rattern, Bambus, Wurzeln und viele Pflanzen bestimmen die Räume. Diesen Trend nennt man übrigens Goblin-Core. Die Lavalampe kommt zurück und mit ihr weitere bunte Elemente, die so aussehen, als würden sie schmelzen oder tropfen. Crazy, oder? Ganz egal, wie du deinen Wohnraum nächstes Jahr gestaltest, sichere dein geliebtes Zuhause mit der Hausratversicherung ab.